So, willkommen zurück bei Pizza-Connection-3. So, wir haben immer noch Pause. Nein. Und ich habe vergessen, die Pizza zu speichern. Oh, scheiße. Gut, machen wir halt noch mal Pizza. So, und jetzt Fleisch. Wir hatten jetzt Salami drauf gemacht. Und dann hatten wir Hackfleisch. So, dann schauen wir, Pizza ist okay, der Preis ist mir zu teuer. Ist okay. Gut, hier unten. Speicher. So, jetzt gucken wir in die Menükkarte. Pizza London. Lagerbestand. Da, da, da. Und was haben wir noch sonst? Bonzen. Was essen denn Bonzen gerne? Neue Pizza erstellen. Eine Pizza für Bonzen. Die kriegen erst mal Bonzen kriegt eine richtig beschissene Form. Bonze. Bam, 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 bam. Tomaten. Rose Tomaten. Halten wir nicht viel. Oh, geil. Was wollen denn die da drauf? Erdbeeren. Hopp. Da wird mal eine richtig rote Pizza hier. Das wollen sie wohl nicht. Wie wäre es in der ganzen Tomate? Heute auch nicht. Scheiße. Gott, äh. Bonzer. Perfekte Belagmenge von Wegen. Arbeiter, nein, diesmal wollen wir Bonzer. London, Don, Bonzer, Arbeiter, nein, diesmal wollen wir auch finanzieren. Perfekte Belagmenge. Ist mir zu teuer, willst du mich veralbern? Auf dir. Gefällt mir nicht. Okay. Diese Pizza kann ich mir leisten. da ist aber echt nicht viel drauf wenn ich hier noch ein paar erdbeeren drauflegen jetzt sind aber billig die war schon zu viel so gut pizza kann ich mir leisten bitte wurde gespeichert kommt in die menü hatte auch noch diese bonzen pizza rein und dann schauen wir mal kurz hier angestellt ab 9 ist ja hier gar nichts mehr los also machst du bis 9 machst so und machst so gut sollte passen das werden die angestellten von sie kommt erst mal rein und was haben wir noch teenager teenager haben wir auch durchgehend drei stück neue pizza erstellen Teenager vom Teenager kriegen wir was krummes Student Teenager Teenager die sind geil auf Käse jawohl die fülle ich jetzt einfach nur komplett mit Käse ab hier die pizza ist es jetzt zu teuer willst du mich veralbert was soll so dann Don Teenager Ah, ich weiß schon, okay. Menükkarte Hier nicht, ich wollte hier hin. So, Menükkarte, Teenager, ab. Arbeiter Zu hoch kommt einer. Sieben Teenager 3 Komm So Ich glaube, da können wir jetzt mal eröffnen. Er stelle Pizza im Namen der Queen. Oh shit. Er wirtschaftet Gewinn in drei Tagen. So, wir lassen jetzt mal laufen. Ähm, was haben wir hier? Teenager bla bla bla. Wir sollten Werbung machen. So. Pachten. So. Und hier Pachten. Und hier Nach da. So. Pachten. Was war das nochmal? Zwei Pizzas. Pantry fortfahren so und das hier dead man walking fortfahren so zu machen das war das genau kauft dies mache ich noch eine pizza für kauft die karte neue pizza erstellen pizza queen nach unten marktforschung für kauft dies sind geil auf gewürze fisch ich lege hier einfach umstellen kauft die papp 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 schwein gefällt euch nicht ja dachte ich mir gewürze mögt ihr auch basilikum ich mag die zutaten auf dieser pizza ja schön wenn ich nur basilikum hier drauf packen scheiße hier tonne entfernen ein knoblauch drauf was war das noch hinten fisch drauf das sind die ja schnell auf begeistert wenn ich noch okay das ist mir zu teuer ja ist okay dann speichern wir und das ist die pizza pizza queen speichern okay das war einfach die leute lieben die neue pizza sie schmeckt gleich viel kritischer und zufriedenheit spürbar gestiegen solltest bla 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 verstanden pizza shakespeare blutheimtücke wendung ok verstanden erst mal raus backstube verlassen so wo war das kauft dies hier die kommt auch noch mit hier rein so gut kurze pause die folge ist dann erstmal beendet hier ich sage tschüss und tschau bis zum nächsten mal bei pizza syndikat 3 ich glaube diesmal habe ich es richtig gesagt ich bin mir nicht ganz sicher tschüss tschau bei ich habe euch jetzt Cornel